Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games, ich bin's wieder, euer Heggie und ich spiele für euch Hitman Absolution, den neuesten Teil aus der Hitman Serie. Und in meiner ersten Mission darf ich einen ehemaligen Agenten oder beziehungsweise eine Agentin unserer Organisation ausschalten, die uns verraten hat. Und jetzt liegt es ganz an mir, wie ich diese erste Mission angehe. Das Tutorial habe ich jetzt schon hinter mir und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich sehe links unten mein Radar, was da passiert. Rechts, welche Waffe ich gerade bei mir trage. Im Moment die Garotte, ich habe natürlich aber auch meine treuen Silencer dabei. Und ganz rechts den gelben Balken, den ihr da seht, das ist meine Instinktanzeige. Damit kann ich jetzt mal ganz kurz mal hier schauen, welche in der Nähe ist und welche hilfreichen Gegenstände es gibt, die ich benutzen kann. Die sieht man dann alle hier mit dem gelben Kreis. So. Kann man hier Licht ausmachen? Nein. Kann man hier Licht ausschießen? Nee, das trauen wir uns erstmal nicht. Ich muss die ehemalige Agentin ausschalten und noch ein Mädel, das in ihrer Anwesenheit ist befreien. Ich habe mich auch schon entsprechend verkleidet, also werde ich nicht gleich von denen hier erkannt. Ich darf natürlich aber nicht zu nah an die herangehen. Gut, sie ist im ersten Stock. Schaue ich mal hier beim Küchenchef vorbei. Nerviger Koch, aber das soll es nicht stören. Schauen wir mal, wie viele Leute hier sind. Zwei. Ich bin ja leider nicht der absolute Stealth-Pro-Player, also erwartet nicht allzu viel Rumgeschleiche von mir. Ich werde es versuchen, aber ich bin halt mehr so der Erstschießen-Dann-Fragen-Typ. Machen wir mal das. Schauen wir mal, wer gleich hierher kommt. So, wie komme ich vor? Okay, der mag seinen Kaffee. Können wir was reinschmeißen? Yes, no, maybe. Hey, your fly is open. Don't let the sergeant catch you like this. This has gotta be the strangest. She's a clung and dagger kind of girl. That's for sure. Perfect flavor, perfect temperature. Chef knows his coffee. Können wir was reinschmeißen? They had some skull and bones logo in the words, uh, Verses, letivar. Just don't bother me, I need my concentration. Wait, you don't mean. I thought they were just a legend. Hmm, you know what they say about the devil's greatest trick. Jesus. Jetzt schauen wir mal, ob es hier in der Küche irgendwas gibt, was wir dann reinschmeißen können. Vielleicht reinpinkeln? Everything okay? Hope so. Good. Ja, okay, wir mal wieder rein. You are now hidden. If enemies did not see you enter, you are safe. Even if you decide to peek out. Aber das ist mir doch zu kalt. So, jetzt was machen wir? Jetzt holen wir mal die Typen hier raus. Aufmachen. Ne, sind die schon draußen? Ja. Wenn ich Instinct auch anhabe und ich sehe die Flammen auf dem Boden, dann kann ich erkennen, wo die als nächstes hingehen werden. Da hat man es gerade schön gesehen. Der holt sich jetzt schon wieder einen Kaffee. Vielleicht komme ich ungesehen an dem hier vorbei. Na, da leuchtet schon. Da kommt er noch auf mich zu. Ich kann sie nicht alle niederschießen. Ich kann aber auch den Kaffee hier nicht mehr irgendwas damit machen. Ich mache kurz Instinct an und dann geht das Zeichen auch schon wieder weg. Da sehe ich nämlich immer schön an dem kurzen gelben Indikator, ob die mich jetzt kurz davor sind zu erkennen. Wie mache ich denn platt? Ah ja, genau. Jetzt nehmen wir mal das Radio mit und nerven die auf der anderen Seite. Ah, nein, 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 nein. Bestes Idee. Okay, ich will das nicht werfen. Ich will das einfach nur loslassen. Wie lasse ich jetzt hier was los? Schauen wir kurz mal ins Menü rein. Maus und Keyboard. Control Layout. Nichts zum Fallen lassen. Ah, doch hier. Gut. So, jetzt machen wir das an und renne. So, jetzt können wir mal hier hoch gehen. Aha, da scheint was drin zu sein. Gehen wir mal rein. Und Türen, die sich automatisch schließen. Aha. Sehr gut. Checkpoint aktivieren. Da können wir natürlich dann nachher noch mal weitermachen. Falls uns doch was passieren sollte. Ja, Hitman Absolution, ich habe schon lange kein Hitman-Teil mehr gespielt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir den allerersten Hitman-Teil damals geholt. Weil es hieß, ah ja, klar, killen, Strategie. Musst du aber leider feststellen, das war doch nicht ganz so mein Gameplay. Aber jetzt nach all den Jahren, habe ich doch mal wieder entschieden, mir ein Hitman-Teil zuzulegen. Und ich hoffe, dass dieser Teil mich nicht enttäuscht. Ah, da kommt schon der nächste hoch. Aber verstecken wir uns doch glatt mal hier. Und wieder hinterher. Ah, da drüben ist die Tür. Den werde ich jetzt gleich killen. So. Ja, ja, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Ach, das geht ja gar nicht. Ach so, Schuss in den Kopf. Okay, Keycard und... Jetzt ziehen wir mal hoch. If your score is high enough, you will unlock an Assassin-Technik. Open the notebook to see your next unlock. Ja, schauen wir gleich mal rein. Was für Spezialtechniken wir da gleich benutzen können. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. Ja, im Moment habe ich kein Bedürfnis, mir so eine Kiste mit einem Toten zu teilen. Also schauen wir mal nach, was darf ich als nächstes freischalten? According to ICA Division Chief Benjamin Travis, my fault. Weapon Handling. Okay. Ja, das sind ja nicht mehr so viele Punkte. Wir kommen uns im Ziel langsam näher. Closing in on target. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Think about that when you pull the trigger. Harte Entscheidung für uns, denn Diane hat uns mal das Leben gerettet. Und nun sollen wir sie killen, aber... Durch unsere Adern fließt... Eis statt Blut. Wir kennen keine Gnade. Benjamin Travis, my former Handler, Diana Burnwood, has gone rogue, taking with her valuable agency. Ja, da haben wir es gerade gehört, da kam noch ein bisschen Story, aber... Wir wollen jetzt keine Story sehen, sondern... Genau. Kreative Kills. So, jetzt haben wir sie. Mal sehen, ob er es schafft, sie zu killen, oder? Warte. Warte. Er hat es getan. jetzt kommt die erschreckende wahrheit sie ist eigentlich der gute und die organisationen sind die eigentlichen bösewichte 47 47 i should kill you why did you do this we all have our limits even you 47 we used to have honor no i had to take her away from the doctors i knew you would understand fuck something's not right you won't last long there's no time you still have a chance in my room a letter now go take the girl and run before travis finds out please do not let her turn to you i promise das scheint also doch der auftakt zu einer großartigen geschichte zu werden über ehre verrat haarpflegeprodukte und gummibärchen rennen rennen gut agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision note that while you are focusing on your targets you expand instinct rapidly point shooting turn the camera to focus on your enemies then lock the shot fatal damage focus on the next enemy make sure to deal fatal damage to all four enemies all enemies bam 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 nice so cool sehr gut Ich bin dein Vater. Sie ist tot, nicht wahr? Komm, bleib bei mir. Wo gehen wir? Komm in. Es ist fertig. Schöne Arbeit, 47. Bring the girl to the extraction point. W-What are you doing? Why did the agency want you? I don't know, I guess I might have... Diana did this for you, why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Das war's jetzt erstmal mit Hitman Absolution. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann schaut doch vorbei bei www.letsplaysomegames.de und auf unserem YouTube-Channel. Dort findet ihr noch mehr Videos in HD-Qualität. Ich zeig auf jeden Fall noch ein paar Missionen aus Hitman Absolution und da dürft ihr alle zuschauen, wie ich ganz hart fail. Bis dahin, ich verabschiede mich. Euer Heggie. Bye. because I am I I I I I Untertitelung des ZDF, 2020